Willkommen lieber YouTuber. Heute gibt es wieder einen neuen Sommerstrauß, wie versprochen. Und zwar, ich mache einen Sommerstrauß mit Nigella. Hortensie mit blühender Artischocke und Nigella gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse und wächst im Garten. Ist einjährig, aber sät sich auch wieder aus. Hat eine sehr schöne kleine weiß bis lila Blüte und die Fruchtstände, die halten auch so, die kann man sogar so eintrocknen und kann sie später dann in die Herbstgrenze machen. Das ist eine wunderschöne Beigabe für Sträuse und ich versuche ja immer ganz viele tolle, natürliche Früchte und schöne Sachen zu sammeln. Und das gehört auch dazu. Einmal in den Garten gelaufen und was man da Schönes damit machen kann, das zeige ich dir jetzt mit einem kleinen Strauß. Ich nehme ein bisschen Efeu. Efeu gibt es natürlich auch im Garten. Und mache wieder die unteren Blätter ab, weil wir wollen ja kein Grün in der Bindestelle, wie immer. Weil das Wasser wird schneller schlecht, wenn das Grün in der Bindestelle ist. Das hatte ich glaube ich in anderen Videos auch schon erzählt. Aber ich erzähle es auch immer wieder. Ist kein Problem. So, dann nehme ich meine Hortensie, füge die blühende Artischocke ein und das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast. Aber da lässt sich auch ein spielerischer Übergang machen, indem ich diese hier einfach seitlich so eine kleine Spielerei neben diesen blühenden Artischocken, indem ich die einfach hier so reinziehe in den Strauß. Und ich zeige heute mal bewusst ein kleineres Sträußchen. Man macht ja nicht immer so große Sträuse, vor allem wenn ihr das für euch selber macht, dann muss das ja nicht immer so was gigantisches sein, sondern es kann einfach mal so ein kleiner schöner Strauß sein. Und ich würde auch die Nigella nehmen, so wie ich es jetzt gerade auch hier mache, und so ein bisschen nach außen schwingen lassen. Einfach so ein bisschen anlegen und die müssen nicht alle gleich sein. Ganz lustig bunt gemischt. Und wichtig ist auch bei der Nigella, ich mache immer dieses Grün von den Stielen ab, weil, wie gesagt, ich möchte kein Grün in der Bindestelle haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer beachtet. Und wenn ich genügend Spielereien hier einmal ringsum platziert habe und was schön wäre, ist auch nochmal zum Thema Spielerei. Es ist ein sogenanntes Wuschigras. Es gibt also sehr, sehr schöne Gräser und das kann man auch nochmal ein bisschen dazu machen. Es ist auch sehr hübsch zum Füllen. Und dann nehme ich mein Efeu. Und eigentlich kann ich auch sogar mit Efeu könnte ich sogar den Strauß abschließen. Ich habe immer gern ein bisschen hübschere Umrandung dazu. Und deswegen mache ich sehr gern einen schönen Blattabschluss. Meine Kunden finden das ja auch ganz toll. Und ich nehme heute mal, ich nehme heute mal was anderes. Ich nehme heute mal Bergenienblätter und lege die Bergenie einfach um den Strauß rundum an. Und das Grün, ich finde das immer sehr faszinierend, das Grün macht immer so viel Wirkung, dass der Strauß viel, viel edler und viel größer damit aussieht, als ohne diese Grünumrandung. Das ist, die Wirkung ist faszinierend. Das geht mir ganz oft so, dass wenn die Kunden Sachen aussuchen im Laden und die sehen dann nach so wenig aus. Und der gebundene Strauß, der macht dann immer viel mehr Wirkung. Und das beste Beispiel ist eigentlich hier. Ja, Sommerstrauß mit Nigella. Viel Spaß beim Anpflanzen, viel Spaß beim Ernten und vor allem dann beim Binden. Für heute war es das. Bleibt dran, abonniere meinen Kanal und vor allem empfehle mich weiter. Dankeschön. Tschüss.